Schritte nach vorne, ungewöhnlich nur, dass der Schiri dem keine Beachtung schenkt. Das gibt es doch gar nicht, das gibt es nicht. In allerletzter Sekunde fängt hier noch das Tor. Also da schauen wir nochmal genau hin bei diesem Tor. Ein fantastischer Freistoß direkt verwandelt. Das war doch genial, ein solcher Freistoß. Den guck ich mir gerne nochmal an. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive.